Ich hasse Joggen und Tour de France finde ich unglaublich langweilig. Ich mache Bogenschießen. Ich laufe also gern durch den Wald mit einem normalen Bogen und schieße da mit Pfeilen auf kleine Plastiktiere. Und das macht richtig viel Spaß. Oder auf Luftballons. Luftballons sind fast noch besser. Das ist ein bisschen wie Kindergeburtstag. Ich musste immer am Tor stehen. Mein Lieblingswitz zurzeit. Was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen? Meine Herren, ich würde gerne an der Grafik gehen, wenn ich bespreche mit Schlagze. Im Kino nebenan läuft gerade The Women. Und im Saal daneben läuft gerade The Fast and The Furious. Ja, also eigentlich war das ja eh ein Scheißstück, oder? Ne? Na komm. Ja, ich würde gerne an der Grafik gehen, wenn ich bespreche mit Schlagze. Ja, ich würde gerne an der Grafik gehen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017